Ja, hallo und seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch mit mir ein neues Eis anzuschauen. Und zwar das Rewe-Beste-Wahl Salty Coffee Candy Coffee Caramel Eiscreme gestrudelt mit Soße, mit Marshmallow-Geschmack und salzigen Karamell-Stückchen. Oh yeah! Offensichtlich, wie ich gerade schon sagte, ein Fake vom Grandiosen Benjamis One Sweet World, welches durch eine grandiose Karamell-Soße war es da aber, glaube ich. und unglaublich geile Marshmallow-Bunker überzeugen konnte. Tolle Kaffee-Eiscreme, eins der beliebtesten Benjamis überhaupt. Die, meiner Meinung nach, nicht nett ausgedrückt, sonderlich klugen Strategen bei Benjamis, haben ja dieses Eis aus dem Sortiment genommen, warum auch immer. Ich weiß nur, dass viele Leute es geliebt haben. Ich weiß nicht, warum sie es aus dem Sortiment genommen haben. Rewe ist dann wieder in die Bresche gesprungen, hat es nachgemacht, wir auch, alle anderen Discounter und so. Diese Original-Eis inzwischen eigentlich alle knallhart einfach nachmachen. Und ja, mal schauen, ob es da halt mithalten kann. 2,49 Euro kostet der Becher übrigens für 415 Gramm und 500 Milliliter und damit so von den Mengenangaben wie das Original für nicht mal den halben Preis. Wir bekommen einen Hauch von Abenteuer. Okay, herrliche Berge aus Kaffee, Karamelleiscreme, ein Fluss aus leckerem Marshmallow-Soße und der Wegrand gespickt mit salzigen Karamell-Stückchen. Was nach einem Traum klingt, ist Salty Coffee Candy. Ein wahr gewordenes, süßes Abenteuer in Eisform, so aufregend, unglaublich lecker. Schnappt ihr einen Löffel und auf geht's ins Abenteuerland. Ja, die versuchen natürlich auch Sprüche von Benjamis nachzumachen. Offensichtlich klingt das eher so ein bisschen billig, aber gut. Ich finde es trotzdem cool, dass sie es machen. Das Design ist natürlich auch nicht ganz so geil wie so ein Benjamis, aber das Wichtige ist natürlich der Geschmack. Und um, ich sag mal, eine Idee zu bekommen, ob der Geschmack gut ist, haben wir auch immer hier die Beschreibung, was wir haben. Eine Kaffee-Karamelleiscreme, also viel Butter, Milchfett meine ich. 16% Soße mit Marshmallow-Geschmack, 11% salzigen Karamell-Stückchen und 7% kakaoligen Fettkasse-Stückchen. Also 7 plus 10, 17 plus 16 sind 33% irgendwas drin. Ein Drittel ist pure Einlage, der Rest ist dann so eine Kaffee-Karamelleiscreme. Und das ist schon mal richtig heftig viel. Wie gesagt, beim Benjamis war es richtig geil, so richtig schöne Bunker von Marshmallow-Soße. Und es war richtig, richtig gut. Mal schauen, ob das hier da rankommt. Ich habe schon ein bisschen Feedback von Leuten auf Instagram gesehen. Sage ich jetzt noch nicht zu, wir überlassen uns, lassen uns die mal überraschen. Zutaten Sahne natürlich, eingediegt im Rhein-Milch, Kaffee-Aufguss, der da besteht aus Kaffee und Wasser. Nein, wer hätte das gedacht? Wasser ist da drin. Zucker, diverse Karamell ist auch drin. Mörkerzeugnis-Ei ist auch immer ganz gut für den Geschmack. Butter aber eher relativ wenig. Stärke so ein bisschen zum Binden. Und ja, hergestellt von Eisbär. Qualitätssicherung.atbär wäre geil. Qualitätssicherung.atbär.de Bitte kontaktieren Sie Hilfe-at-bär.de Okay, es ist schon relativ gut angetaucht. Ich packe das jetzt mal aus. Alter, Preis ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Alter Falter. Es sieht schon mal sehr cremig aus. Eine gute Konsistenz. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier haben wir so kleinere Brösel drin. Und hier halt die Eiscreme. Hier ein Schokostück. Das ist kein Loch. Das dachte ich erst, dass das einfach so ein Loch im Eis ist. Tatsächlich ist es ein Schokostückchen. Und ich probiere jetzt einfach erst mal hier so die Eiscreme am Rand. Und das sieht soweit auch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall Kaffee bei. Hat so ein bisschen was von Cappuccino. Jetzt nicht Espresso-Penetrant-mäßig. Eher ein bisschen milder Kaffee-Geschmack. Sehr süß. Oh, da hatte ich gerade ein Karamellstückchen. Die sind nicht knusprig, eher weich-mürbe. Also Kaffee schmeckt man beim Eis. Karamell, finde ich, kommt jetzt nicht so stark durch wie der Kaffee. Es ist von der Konsistenz ein bisschen griseliger. Wobei, nee. Das sah jetzt mehr so aus. Also es ist schon recht glatt vom Mundgefühl. Der Kaffee-Geschmack gefällt mir. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe leider das One Sweet World noch lange nicht mehr gegessen. Ich meine, dass das aber noch voller war. Auf den ersten Probierbissen. Kaffeearoma ist hier, wie gesagt, ganz gut. Aber ich finde, die Süße kommt viel mehr durch als das Kaffeearoma. Schokostückchen sind hier eher kleine Plättchen. Ich weiß nicht mehr, aber One Sweet World. Da kommt aber dickere Stücke drin. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Tut mir leid, ist einfach echt ein bisschen länger her. Ich verlinke euch das Original aber mal in die Beschreibung. Da könnt ihr euch das nochmal reinschauen. Also hier eher so kleine Plättchen. Sowas gibt es bei Ben Jerry jedenfalls nicht einfach nur so billige Plättchen. Das sind immer größere Chunks. Ich frage mich jetzt mal gleich, wo die Marshmallowsoße bleibt. Hier, Karamellstückchen. Das ist tatsächlich hier das Ding in da rechts. Das ist runtergefallen. Es ist eher so heller Karamell. Ach, verdammt. Es ist so heller Karamell. Ihr seht das hier? Es ist jetzt nicht so goldfarben, sag ich mal, wie hier auf dem Bild. Eher nicht so. Schmeckt eigentlich nur nach Zucker. Ist nicht so richtig geil karamellig jetzt. Hauptsächlich ist dieses Ei sehr, sehr süß. Vom Marshmallowsoße hier noch nichts zu entdecken. Hier habe ich etwas entdeckt. Seht ihr, das weiß sie. Also ich kann das ganz gut sehen. Ich vermute mal, dass das die Marshmallowsoße ist. Was aber relativ erschreckend wäre, weil sie recht kristallin ist. Sie ist sehr feste. Ja, das wird die Marshmallowsoße sein. Könnt ihr das sehen? Diese hellen Schattierungen. Es ist sehr schwer zu erkennen. Es ist aber relativ, wie soll ich sagen, dünn eher. Hier sieht man das auch nochmal. Hier, wo jetzt die Kante hin zeigt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist eher so eine helle Soße. Irgendwie gar nicht so richtig wie Marshmallow, sondern eher so eine, wie so eine wässrige Soße mit Marshmallowgeschmack vielleicht eher. Steht da ja auch Soße mit Marshmallowgeschmack. Man sieht die auch gar nicht vom Unterschied. Das Original Ben Jarvis hatte auch eine etwas dunklere Farbe, meine ich mich zu erinnern. Zumindest konnte man die klar weiße dickliche Soße, das klingt jetzt ein bisschen komisch, besser sehen. Hier ist das nicht so. Das Eis ist einfach nur süß irgendwie. Und das ist auch ungefähr das, was ich gehört habe, dass man so von Marshmallowsoßen nicht so wirklich was mitbekommt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man sie seltener sieht und dass sie auch einfach nicht diese Marshmallow-gummiartige Zuckerkonsistenz hat. Was man hingegen viel hat, sind eben so Karamellchunks, Schokochunks. Da ist wirklich viel drin. Guckt euch das mal an. Hier, also da kann man nicht meckern, wobei diese Karamellchunks nicht gut sind. Es ist einfach nur irgendwie wie weicher Zucker. Und diese Schokodinger sind irgendwie auch halt wirklich sehr klein. So kleine Plättchen begeistert mich auch nicht so sehr. Letztlich macht sich der Eindruck breit, dass es einfach ein Eis ist. Was von der Idee natürlich geil ist, weil es wie das Original ist.